Hier ist noch Gold, okay. Schraubfahrt ruhig, weil ich langsam, langsam, vor allem leise gehen kann. Wieder mal. Jetzt sage ich es, weil ich es nicht gehört habe, da muss ich es ja wenigstens sagen, na? Alter, was ist schon mal hier vor? Was? Einer ist tot? Wo ist den Lackenspruch? So ein Fies, so ein Phasen-Fies, so ein Phasen-Bestie jetzt habe ich es. Ja komm. Diese komische Spinne mag ich schon gar nicht. Wow, Stufe 5, krass. Wie schnell das geht, manchmal, weißt du, da musst du ja ewig leveln früher. Ja gut, sonst fallen jetzt schon länger um, das können wir ja auch davon liegen. Deshalb, ne, schneller Monster töten, schneller leveln und so. Ja, mal so nebenbei gesagt. Oh, ich hoffe, das stimmt dann alles hier mit den Folgen und alles mit denen aufnehmen. Ich habe auch letztens, was mir passiert, da habe ich eine Folge hochgeladen, die ich schon hochgeladen habe, weil ich es falsch gekriegt habe in meiner Datei, wo die Folgen gerendert sind. Da habe ich mich sehr gefreut, weißt du, warum ist denn das Video nicht hochgeladen? Gibt es doch gar nicht. Und dann, dieses Video wurde schon hochgeladen, oder irgendwie sowas schon dann da. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Ich nenne ja niemand, was da früher nur ist. Wieder mal. Jetzt bin ich wieder hier allein und ist ganz sicher. Ja, komm, ich kann einfach auch nicht. Komm, ich bring noch ein bisschen was mit, da könnt ihr euch auch freuen hier, Leute. So, hier. Ja, das hast du auch da, Mensch. Weißt du, da hast du hier Revanche und alles. Also jetzt geht's, jetzt ist es easy. Aber wenn, wo das noch alles schwer war, da hast du hier Revanche und was ist nicht alles und hier Anstürmen und so. Und gerade so, dass du noch dein Leben zusammenhalten konntest mit den zwei Spells, so zu sagen. Und dann kommt dann so der Mensch oder du warst der Mensch als Ali oder irgendwie, ne? Und dann macht diesen Rückstoß. So, dann kannst du ja da gar nicht dein Leben regenerieren. Dann bist du ja gleich tot. Da freut man sich ja dreimal mehr, dass man ein Münchenteam hat. Und klar, das Mantra-Zeug und alles ist ganz nice und Damage machen sie auch ohne Ende. Aber manchmal nervt es halt schon, finde ich. Und unser Inventar ist gleich doch voll. Ich bin ja wieder so ein Inventar-Schlammler. Naja. Ah, jetzt kommt wieder der Boss. Wo ich gar nicht ran darf, wie es aussieht. Die wollen mich ja nicht haben. Ich kann einfach zurückstoßen. Ja, Rückstoß, Schnee, Mörser, Hacher. Ja. Ich war schon, naja nicht. Die F-Unbetriebnis aussieht. Ich bin nicht auch, dass ich bei Schleisender gescannt war. Ich war gerade 3, die Kroosie Throne. Ne? Da hab ich schon wieder auch noch ganz viel gezockt. Geiles Game. Also, komm schon wieder hier in Ordnung und so alles. Jedenfalls... Jedenfalls... Und dann hat man dann... ... eine Karte gehabt. Beziehungsweise bei 2 gegen 2 war es dann... Oh. Äh, dann nimm es doch... Bist du blöd? Alter, wenn mir jetzt jemand die Schuhe wegnimmt. Hm. Ja, was würdest du sagen? Achso. Da... Das Spiel ist ja schon uralt, ne? Und dann steht da immer noch... Also da haben sie das irgendwie nicht hingekriegt. Da können sie ja OE schreiben eigentlich. Schildkrittenfels. Krittenfels. Ohne Ö. Schildkrittenfels. Ich will jetzt ja nicht Blizzard schlecht machen oder was. Geiles Spiel immer noch und alles. Aber... Irgendwie... Find ich das... Etwas... Hm... Komisch, sag ich mal. Weißt du? Da hast du ja super mega Imperium. Blizzard Imperium. Und dann... Tu es nicht mal die... Die namenische Schreiben von da einen Dings. Ich glaub das wurde auch schon öfters gesagt oder was. Denke ich mal. Ich weiß es nicht. Naja, das darfst man mal hier drinnen. Ja, und die kriegen es irgendwie nicht hin. Fand ich irgendwie sehr seltsam. Finde ich jetzt noch seltsam. So, jetzt hier das ganze Gold einsammeln. Das war glaub ich der Goblin, der hier verreckt ist. Und obendrauf denk ich noch der Anderer. Ja, die gewaltige Fasenbestia hat den Barbar zu hauen. Und mal gucken ob hier noch was gedroppt ist. Ja, ich könnte mich auch jetzt zurück teleportieren. Und dann zum... Dingens. Zum... Teammate sozusagen. Aber zurücklaufen ist auch schön. Hier die ganze schöne Landschaft. Das ist doch... Das ist doch wunderbar. Was sind das eigentlich hier? Achso, das ist ja TP'n. Okay. Ich hab jetzt gedacht die Apollo 3 hat mich gerade rausgehauen. Weil ich nicht durch dich liegen konnte. Aber ich hatte wieder mal Glück. So, jetzt gehen wir erst mal runter. Tralalala... Tralalala... Damit war es bald wieder da. Da war jetzt ja noch nicht gekommen. Ach hier, Frau der Liebe ist schon grad zu schüch. Krass. Ach, die mit ihren Scheiß 4. Scheiß die Schüch. Die ganze Zeit... Im Mage da haben sie... Nur so und so ne. Die Stenarkämpfer haben sie 4. Irgendwie voll nervig. Ja, weil... 2000... 2000... 2000... Ich habe auch mal die Lebensfall... Also... Die HP-Anzahl eingestellt. Das könnte ich mal wieder machen. Oder? Ich mach das mal eben. Moment mal. Ich weiß, es ist grad ein BuzzFeed. Aber es ist da eh nix groß. Äh... 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 Geben wir hier, ne? Lebensfall von Monstern anzeigen. Genau, anwenden. Okay. Zurück zum Spiel. Okay, jetzt ist er tot. Haha. Haben wir es wieder nicht gesehen. Scheißegal. Ich glaub hier ist irgendwo noch der 4. Oder der 3. Die 3. Sugubus. Sugubus. Mal schauen. Hier ist die letzte. Was ist das? Die letzte 2? Ach, die letzte. Kommt ja auch schon. Wenn ich darf. Ja, erstmal die Items alle mitnehmen. Weil Items sind wichtiger als hier. Ich mach eh kein Damage. Von daher... Eigentlich wär ich in diese Gruppe gar nicht gebraucht. Wenn ich hier Mage wäre, wär ich besser dran. Aber... Ich wollte euch halt mal meinen Barbar zeigen. Auch wenn er hier kein Damage machen wollte, was? Und da ist unser Super-Mensch weg. Schade. Naja... Auf der anderen Seite, wenn er jetzt in Level 1 kommt... Okay, Level 9, selbst zwischen. Jetzt muss es noch einfacher. Jetzt haben wir noch eine Damage wahrscheinlich. Der hat bestimmt... ...frei 400 Damage oder was? Der hat bestimmt alles um. Falle eine Freie Melee hier und dann... ...unter mega, giga krasser... ...Demon Hunter. Oh, hier. War das Beste. Komm. Unser Damage ist weg. Komm. Falsch. Ich bin ja der Lulevist da. Aber ich habe noch niemanden umgeletzt. Den... ...Lebinei hier. Oder wie er heißt. Der hat schon ein paar kleine Probleme. Weil wenn er eingebaut ist, sieht das aus... ...die... ...noch nett. ...und dann... ...geht. Hm... ...geht ja eigentlich ganz fix, ne. Ja, ich würde auch gerne mal einstürmen... ...um dann den Dings-Flex... ...zu entkommen. Wie heißt? Eisdingern hier... ...dieses Gefrieren. Aber... ...funktionen meistens nicht. Ja, Gottseidank... ...das hätte ich jetzt nicht gehauen, wenn du das angelegt hättest. Weil ich nämlich zweimal geklickt habe. Hm... ...passiert mir oft. Was ist das für ein Geräusch? Ist irgendwas Gescheites dabei? Nee, 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 nee Ja, du Juwelierzeug, ja Komm, ich will das mal angucken hier Halt die Fresse! Mann Ja, standförmiges Mark, da hab ich glaube ich schon Aber Mal gucken Kann man auch mal Real-Life-Kumpel geben, sozusagen Mal schauen Wohl, die kann man ja so bildisch kaufen, die Bücher alles Ist alles zurzeit so bildisch im AHA Das Meister Oh, ich freue mich, dass ich das Schild drauf hab Oh, ich hab den letzten Stabverzuntenherz gemacht, denke ich So, jetzt erstmal Ich hab mich gerade voll verdrückt Aber ist ja auch egal Ach ja, die haben die Reis, war zu einfach Ich glaube ich wieder nächstes Mal Single-Player mit Barbar Ne, mach ich nicht, weil ich da gar kein Damage mach Das war so langweilig für euch, denke ich Viel zu langweilig war das für euch Weil ganz ehrlich, wenn ich die mit 10.000 Schaden hab Hab, äh, mach Und die haben hier Ich kann's nicht lesen, wenn ich die Schaden fallen Neben die haben Kann ich gerade nicht lesen Guck da, der hat ja schon 130.000 So Wenn ich dann hier 20.000 Schläge machen muss Für einen Mob, dann langweilt ihr euch, glaube ich, 3.000 Mal mehr Oder langweilst du dich 3.000 Mal mehr So, erstmal das hier machen Äh, mh, sieht eigentlich ganz nice aus Aber bringt, denk ich, auch nichts So, jetzt lassen wir hier runter Talala Wir haben hier einen Will Smith Einen Will Smith Einer meiner Lieblings, äh, Schauspieler übrigens Wollte ich auch mal einfach loswerden Gerade hier auf Man in Black und so Geile Filme, alter Man in Black ist so geil Epic Epic mess PAM PAM, 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 PAM Alles rollt on OOOOOO Eingetroffen Alles rollt on Hey, der macht mal ganz so viel Schaden, wie's aussieht Kann aber auch jetzt täuschen Achso, und die ist das auch noch als Boss Sehe ich jetzt erst Weil hier alles so blinkt und lösch und alles Da sieht man gar nicht, was passiert Hm Auf jeden Fall viele, 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 viele gelbe Gegenstände Sehr viele gelbe Gegenstände Und nur Rotz Aber ich will jetzt hier nicht irgendwie rumjammern Ja, ich nehm's gar nicht auf Ich bekauf's nämlich auch Da will wahrscheinlich schon die Epic Also die, die Dingensen Die Legendären und alles Set, Gegenstände Da will ich schon alles mitnehmen Nur Und Gold wahrscheinlich Ja, ich tue jetzt alles hier mal wahllos verkaufen Das hab ich ja alles ganz grob mal ganz kurz angeguckt Ich hoffe, ich verkaufe jetzt hier irgendwas Gutes Vor allem halt den Gürtel, den ich vorhin Den Set legendären Gürtel Das war nämlich nicht so Ja, jetzt komm ich jetzt auf weg Ist nicht so nice So, jetzt tun wir erstmal hier kurz den Klatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Schreibt's doch mal in die Kommentare, wenn die Folge jetzt anders ist als die anderen. Würde mich sehr freuen. Weil es mir nämlich gerade so vorkommt, dass ich etwas ganz rückhaltig bin und ganz komische Themen und ganz... Weiß auch nicht. Schreibt's doch mal bitte in die Kommentare. Damit ich mal ein kleines Feedback verhalten kann. Ein Feedback, weißt das? Ein Feedback? Feedback? Äh, damit ich ein kleines Feedback hat. In Shade-Wise. Wäre auf jeden Fall sehr nice. Genau, daran liegen, dass ich etwas müde bin. Das ist interessant, schaust du mal. Ach, ihr seht ja auch, die Uhr gespielt ist. Ich hab' vorhin mal gesagt, wie spiel's ist, aber ihr seht ja auch die Uhr. Uuuh. Waaah. Ja, ich mach' hier Gresh'n, äh, Wache und 8-jähriger Lang-Chase. Und da ist Wacken Monster noch näher. Was, hier haben wir noch 9 Heiltränke? Was ist denn da los? Ich hab' vorhin viel mehr. Oder? Hab' ich Heiltränke verkauft? Nicht böse, ne? Ich weiß gar nicht, hab' ich das Heiltränke verkauft. Hab' keine Ahnung. Hm. Naja, egal, wir kommen ja hin. Bei Wawar ist ja da sehr sparsam hier den Tränken. Meistens. Ich hoffe mal, wir können Asmoudan töten, damit ihr das auch mal gesehen habt. Weil, ganz ehrlich, Asmoudan, der Kill, der hat mich schon ein bisschen angekotzt bei Mage, dass ihr das nicht gesehen habt. War zwar nicht hier zum Grund, aber es geht ja auch ins Prinzip, weißte. Da, wenn du was töbelst, dann müsstest du es ja auch zeigen. Vor allem, ich hab' die ganze Zeit gecrashed und alles war umsonst. Das hat mich am meisten gestört. An dem Mist. Wow. Normaler Mod von zwei, äh, blauen Gegenständler. Ja, hier 384.000 Schaden, äh, Damage, äh, Schaden, Damage. Jetzt hab' ich langsam Leben. Hab' hier meine ich damit. Und ich mach' hier 12.000, höchstens. Ja, ich könnte auch meine Zweihandwaffe nehmen. Wär' eigentlich auch mal geil, die Zweihandwaffe rauszuholen. Boah, das wär' mal geil. Ich glaub, das mach' ich mal. Das ist ja nicht mal ganz so LB. Glaube ich. Ich hol' mal kurz die Zweihandwaffe, okay. Oh, Gott sei Dank hat er jetzt den, 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 Dings, die, Kugel, abgefangen. So, jetzt tun wir erstmal... Ja, nehmen wir halt mal die, ne? Die andere hat ja der Mage in der Hand. Ist vielleicht nicht das Beste, aber... Was solltet? So, machen wir den hier. Dann tun wir mal das hier in die Ecke. Waaah. Das in die Ecke, genau. So. Das kann ich auch mal verkaufen, das blöde Schild. So, und jetzt komm' ich mal wieder mit mein... Meiner Axt. Wie hieß denn? Die ging denn, sprich mal. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Genau. Ich mach zwar jetzt auch nicht viel mehr schalten, aber... Was soll's. Ist mal was anderes, denk ich. Wenn ich hier mal ein bisschen mit der Axt drum klopke. Ich bräuchte eigentlich auch mal noch ein Damage Equip. Oder sowas. So, weißt du, so... Mit Tank im Clip, sondern halt einfach Damage. Bei Asmodan kann ich halt das Schild dann hinlegen. Die Widerstände und alles. Ja, vielleicht etwas schade, wenn ich dann... Mal sterbe oder was. Ich hätte eigentlich auch vielleicht auch... Heizrränke, wo ich schon sag' Heizrränke gekauft, ne? Aber hab ich jetzt auch schon vergessen. Genauso wie ich in der letzten Folge... Also, in der letzten Folge sag' ich... In der letzten Aufnahme... Ey Leute, hier geht's nicht runter. Ach doch, hier geht's runter. Das war jetzt einmal im Kreislaufen. Aber die wollen hier lang, dann gehen wir hier lang. Das ist noch eine Lieder. Ja, in der letzten Aufnahme hab ich auch vergessen, den Soundgleich zu machen. Ich hoffe, dass es jetzt passt. Wie halbwegs. Ich hoffe es einfach mal für euch. Weil das schon etwas... ...nervenschisch ist, wenn dann... ...das nur laut ist. Also, der Spiele-Sound und mein Glauben so leise, dass man sich konzentrieren muss, was ich hier aufzähl. Ja... Hatte ich ja schon gesagt, dass ich dann wahrscheinlich zwei Folgen am Tag raushaute. Ja, du... Drei. Ich wollte jetzt zwei sagen. Ich hab mich mal... ...übrigens... ...einfach mal so ganz kurz... Was heißt ganz kurz? Ja, ganz kurz mal hast du überlegt, aber... ...ich glaube ich, sonst hätt's doch nicht. Jetzt stopp! Ja, ihr seid zu blöd! Tötet erst das Arm durch alles und dann... ...neine Fresse, ey! Das... Also, wenn man jetzt den komplett gesehen hat, dann ist man wirklich bescheuert eigentlich. Aber... Ja, aber die Gruppe... ...also, das... ...das... ...das... ...irgendwie ist vielleicht der Wormtrend hier. Auch wenn ich einen Legendary gefunden hab. Aber insgesamt ist irgendwie der Wormtrend der Aufnahme. Ich weiß auch nicht. Hier ist wieder eine Liga. Das geht noch nicht. Alter, wie schnell die alle umfallen hier. Haha. Irgendwie lustig. Komm, 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 komm! Und da zerrufen's, ne? So, jetzt kommen wir hier auf... Ja, komm! 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 ...dass mich jetzt keinen Schaden macht an mir. Oder fast keinen. Ich will's nicht angeben oder so. Ich weiß, mein Equip ist scheiße. Oder ziemlich scheiße. Aber... ...im Großen und Ganzen... ...kann man eigentlich schon sagen... ...dass ich etwas zufrieden bin mit dem Equip. Wenn ich mir überleg, wie wenig Zeit ich da reingesteckt hab. Im Gegensatz zu Mage. Mage ist zwar auch nicht so nice. Finde ich. Also könnte noch besser sein. Aber ist auf jeden Fall schon viel weiter als diese Bord.